Nachdenkseiten Die kritische Website Die Lehre aus dem Riester-Desaster Mehr Zwang und mehr Risiko Ein Beitrag von Rainer Heise Jetzt ist es amtlich bestätigt, das Finanzministerium veröffentlicht Zahlen, die belegen, wie katastrophal niedrig die Riester-Renten sind. Nach 20 Jahren Riestern gibt es mittlerweile eine Million Menschen, die eine Riester-Rente erhalten. Über 400.000 von ihnen bekommen weniger als 60 Euro im Monat. Die müssen auch noch versteuert werden. Zusätzlich bekamen 85.000 Rentnerinnen und Rentner Einmalbeträge ausgezahlt, weil sie lediglich Kleinstbetragsrenten unter 30 Euro monatlich bekommen hätten. Kritiker der Riester-Rente haben schon seit langem vorgerechnet, was die in diesem Monat vom Finanzministerium veröffentlichte Riester-Auszahlungsstatistik durch harte Zahlen bestätigt. Sie ist im Schrifttext an dieser Stelle verlinkt. Im Jahr 2022 bekamen 29,2 Prozent der Riester-Rentner weniger als 42 Euro überwiesen. 28 Prozent bekamen einen Betrag zwischen 42 und 83 Euro. Und gerade einmal 15,3 Prozent bekamen zwischen 83 und 125 Euro. Auf diese mickrigen Beträge müssen dann auch noch Steuern bezahlt werden. Hinter den höheren Beträgen verbergen sich die Einmal-Auszahlungen. Darunter zu verstehen sind vollständige Auszahlungen, weil die monatliche Rente weniger als 30 Euro betragen hätte. Teilauszahlungen von bis zu 30 Prozent des angesparten Riester-Kontos. Wer sich mehr auszahlen lässt, bekommt sämtliche staatliche Zulagen gestrichen. Auch diese Einmalbeträge müssen voll versteuert werden. Bei diesen kümmerlichen Beträgen muss noch beachtet werden, dass die ersten bis 2004 abgeschlossenen Verträge noch einen Garantiezins von 3,25 Prozent hatten. Danach ist der Garantiezinssatz von 2,75 Prozent schrittweise auf die heute aktuellen 0,25 Prozent gesunken. Die Aussichten für Riester-Sparer, die nach 2004 angefangen haben, sind also noch deutlich trüber. Die Lehren aus dem Riester-Desaster Der Umstieg in die private Altersversorge mit Altersvermögensgesetz, Riester- bzw. Rürop-Renten wurden 2001 von einer supergroßen Koalition beschlossen. CDU, CSU und FDP ging der Umstieg nicht weit genug. Lediglich die PDS war dagegen. In den Folgejahren wurden alle diejenigen als des Rechnens unfähig verhöhnt, die nicht riestern wollten oder konnten. Nun beweisen die Zahlen. Die einzigen, die falsch gerechnet haben, waren die Versicherungen, ihre Lobbyisten und hochbezahlte sogenannte Experten. Nicht zu vergessen die positive mediale Begleitung und die entweder gutgläubigen oder gut bezahlten Politiker. Obwohl die staatlichen Zuschüsse mehrfach erhöht wurden, blieb die Zahl der Verträge gemessen an den Zielen äußerst gering. Von 41 Millionen förderberechtigten Personen wurden lediglich 16 Millionen Riester-Verträge abgeschlossen. Davon sind aktuell gerade einmal 10 Millionen Verträge förderberechtigt. Ganze 5 Millionen erhalten dabei die maximale Förderung, weil sie 4 Prozent ihrer Bruttoeinkommen an Versicherungen bezahlen. Die ernüchternde Bilanz nach 22 Jahren Riester-Rente. Gerade einmal 25 Prozent der förderberechtigten Menschen haben geriestert. Nur 12 Prozent in der vom Gesetzgeber angestrebten Höhe. Allesamt sind sie mit haltlosen Versprechungen auf finanziellen Treibsand gelockt worden. Seit neun Jahren ist die Zahl der Riester-Verträge rückläufig. Bis heute sind über 65 Milliarden Euro Steuergelder in das Projekt gepumpt worden. Das Rentenniveau wurde allein durch den Riester-Dämpfungsfaktor um 4 Prozent gesenkt. Die großen Gewinner des Paradigmenwechsels bei der Altersvorsorge von 2001 sind die Versicherungskonzerne und die große Schar von Versicherungsvertretern. Mehr Zwang und mehr Risiko Aber die Finanzbranche ist dennoch unzufrieden. In den letzten Jahren sind jährlich etwa 12 Milliarden Euro auf Versicherungskonten gelandet. Das brachte zwar ordentliche Profite. Die Erwartungen zum Start der Riester-Rente hätten aber Beträge in der Größenordnung von 60 Milliarden Euro bringen sollen. Das heißt, die Profiterwartungen waren gut fünfmal höher. Mit dem sinkenden Riester-Stern wurden die Rufe immer lauter. Die sogenannte kapitalgedeckte Rente müsse durch obligatorischen Beitragseinzug finanziert werden. Und die Anlage der Spargelder in Risikokapital müsse endlich erlaubt werden. Der Versuch der Ampelregierung, diesem Rufen zu folgen, endete mit dem Rentenpaket 2 in einem vorläufigen Chaos. Das Konzept des sogenannten Generationenkapitals ist so lächerlich wie teuer und wirkungslos. Der Staat sollte demnach als Hedgefonds tätig werden. Dazu Kredite aufnehmen, die 2036 zu einem 200 Milliarden schweren Kapitaltopf anwüchsen. Aus diesem Fonds sollen dann jährlich 10 Milliarden Euro zur Entlastung der Rentenkasse erwirtschaftet werden. Um die 200 Milliarden bzw. 10 Milliarden zu erreichen, müssten am Kapitalmarkt durchgängig Renditen von 9 bis 10 Prozent erzielt werden. Das gibt es nur in Phantasialand. Bis 2036 wird kein Cent aus dem Topf die Rentenkasse erreichen. Nach 2036 wird dann eine Entlastung der Rentenversicherung von lächerlichen 0,3 Beitragsprozenten erwartet. Das einzig Gute am Generationenkapital ist, dass es den Kabarettisten im Land saftigen Stoff liefert. Die Partei, die das Ganze forciert und als Jahrhundertreform gefeiert hat, zieht nun die Notbremse. FDP-Politiker fordern jetzt das Original, die rein obligatorische Aktienrente. Das hatten die Wirtschaftsweisen im November 2023 dringend empfohlen. 22 Jahre lang wurden Millionen Menschen mit der Illusion betrogen, private Vorsorge könnte Not und Entbehrungen im Alter verhindern. Die verantwortlichen Politiker pfeifen unschuldig, als wenn es nicht ihre Gesetze wären, die den Betrug in die Welt gesetzt hätten. Jetzt wird zum nächsten unverantwortlichen Abenteuer angesetzt. Die schädlichen Auswirkungen der Aktienrente werden vermutlich auch erst in 20 bis 30 Jahren durch reale Zahlen beweisbar sein. Bis dahin können die bekannten Akteure wie gehabt das Blaue vom Himmel herab orakeln. Der Gipfel wird aber mit der Lüge erreicht, das Ganze diene zur Entlastung der jungen Generationen. Die jüngeren Generationen sind die hauptsächlichen Opfer des Betruges. Sie müssen die laufenden Renten durch Beiträge finanzieren und zusätzlich erheblichen Konsumverzicht für die Zwangsabgabe zur Aktienrente leisten. Am Ende ihres Arbeitslebens erwartet sie der unsichere Ertrag bzw. Verlust des Casinobetriebes. Die Riester-Rente ist tot, es lebe die Aktienrente. Dieses Mal sollen die Profiterwartungen der Finanzkonzerne endlich erfüllt werden. Eine Zwangsabgabe von 4% der Bruttolöhne würde endlich die erwarteten 60 Milliarden auf die Konten von Allianz, BlackRock & Co. spülen. Für die gemolkenen Abhängigbeschäftigten bleibt die Erkenntnis, es geht hier nicht um Altersvorsorge und Altersversorgung. Es geht um die Befriedigung von Profitinteressen und sonst gar nichts. Diesen Artikel haben wir mit freundlicher Genehmigung vom Seniorenaufstand.de übernommen. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie auf www.nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte. Wir freuen uns über die Bewertung für uns abgeben.